Boom! Hey Leute, ich bin's, euer Risto Luis von Culture of Warrior. Wir sitzen hier in einem schönen Park mit meinem Sohn Shane. Willkommen zu einem weiteren Video, Frage und Antwort. Ich werde euch natürlich die Fragen beantworten. Er sieht einfach mit hier gut aus, damit ich den Süßfaktor erhöhen kann. Also Leute, es geht um folgende Frage. Viele haben mich angeschrieben, viele junge Leute, also danke für die Frage, Jungs oder auch Mädels. Aristo, was hältst du davon? Booster zum Kampfsporttraining. Sollte ich einen Booster vorher nehmen, wenn ich zum Training gehe? Okay Leute, ich habe mich zwecks dieses Thema auch viel mit meinem Trainer, mit meinem eigenen Trainer unterhalten, auch mit anderen Trainern und anderen Sportlern. Der eine oder andere sagt, ja, ich finde es toll, ich würde einen Booster sozusagen zum Training nehmen. Meine persönliche Meinung ist, nein. Ja, Leute, beim Kampfsport, ihr müsst euch beim Kampfsport ja konzentrieren. Natürlich, euer Adrenalinspiegel wird sowieso automatisch erhöht, der steigt. Ja, das ist ganz normal, wenn euer Adrenalinspiegel durch das Kampfsporttraining, man pusht sich gegenseitig, ihr trainiert hier im Team. Daher würde ich euch von daher einen Booster beim Kampfsport nicht empfehlen. Ja, beispielsweise ihr seid im Training. Booster sind oftmals, ich kenne es ja selber aus der Erfahrung, ihr nehmt einen Booster, ja, dann ihr schießt einfach hoch. Ihr könnt euch nicht konzentrieren, ihr seid viel zu hibbelig. Ja, je nachdem, was da drin ist. Ja, in einem Sparring, ich habe meinen Booster zum Sparring genommen, Alter, das war furchtbar. Ich dachte, mein Puls, ich platze. Ja, ihr müsst konzentriert bleiben, ihr müsst fokussiert sein, ihr müsst ruhig sein. Einer im Krafttraining kann sich natürlich, sage ich mal, dem Booster erlauben, er kann damit gereden und da rumschreien, aber im Kampfsport sollt ihr auch eine gewisse Kontrolle haben. Ihr sollt da nicht durchdrehen wie ein Wahnsinniger und alles herumkloppen und da alles kurz und kleiner. Nein, ihr sollt fokussiert bleiben. Wenn jetzt mal einer sagt, ey, ich bin todmüde, es geht nicht anders, ist auch mal nicht verkehrt. Ja, ich sage nicht, es gibt auch manche Booster, die man vielleicht benutzen kann, dann gibt es auch tausende Firmen. Es gibt jetzt auch, sage ich mal, einige Firmen, die auch, sage ich mal, Sachen für Kampfsportler herstellen, wo die Booster vielleicht so dosiert sind, dass man da eher Substanzen drin hat, wo man vielleicht konditionell sich besser fühlt. Sowas kann man nicht empfehlen. Wie gesagt, ich rede wirklich von diesen Boostern, wo du von 0 auf 100 hochschießt und danach erst mal nach dem Training sagst, boah, Hammer. Wir als Kampfsportler brauchen das nicht. Wir arbeiten so oder so mit Adrenalin. Ja, also Leute, wie gesagt, wenn ihr schon einen Booster nehmen wollt, guckt euch das an, was ist da alles drin. Ja, ihr habt da manche Sachen, Beta-Lanin, Kreatin, Agilin und on. Hast du nicht gesehen, was da alles manchmal reingehauen wird? Ja, also ob das so sein muss, würde ich nicht empfehlen, aus eigener Erfahrung. Ja, also Leute, wer dazu auch nochmal Fragen hat, vielleicht welche Subs es da zu empfehlen gibt, da kann ich mich auch nochmal dran setzen. Ja, also Leute, schaut euch das Video an. Ich hoffe, ich konnte euch etwas beantworten. Also meine persönliche Meinung, Booster zum Training ist no. Also Leute, Aristo Luis, Culture Warrior. Peace out.